Boah, ich lauf vor. Ich lauf vor es! Die Schrotwinkel immer voran. Okay, klar, machen zum Granatenwurf. Da ist ja immer noch einer ein Stoff. Und eins und zwei. Dragon? Gannis, versteht ihr den noch? Wir bleiben mal kurz vorher stehen an einer sicheren Ecke oder so, dass wir uns das mal kurz angucken können. Ja, mach ich, mach ich, mach ich, kein Ding. Wir sollten endlich mal ein richtiges Sniper Scope einfügen. Ganz gut, dass es das nicht gibt. Ach, achtfach Scope. Und da liest du ja irgendwo auf dem Berg, Alter. 4,3 verteidig ist Schluss. Ja, ARCOG war da reich. Da kommt zwei auf uns zu. Wow! Einer ist links und einer in der Kaisen. Lade! Ich bin down. Medic, Medic! Lass liegen, ich komme gleich angelaufen. Liegen lassen, alles liegen lassen. Das sind die Häuser, die ich meine. Das sind die Häuser, die ich meine, sag gerade aus. Leiche safe. Nein, lass doch liegen, ich bin doch gleich wieder da. Ja, ja, wir stehen da drum rum. Du kommst doch hier sammeln, wir müssen doch nicht vorlaufen. Jungs, kommt mal ein bisschen zurück, kommt mal zurück. Da ist doch vorne. Da ist doch vorne. Ich war tot. Alles zurück. Nein, auch. Voll Leder? Ja, lass doch da. Wir stehen hier vorne in einer guten Deckung. Alles weg, komm. Wir stehen hier in einer super Deckung. Aber die Häuser meine ich. Habt ihr alles rausgenommen? Das wertvolle ja, der Rest ist crap. Das höchste davon da ist wohl die Hauptbasis von denen. Nein, ich hab auch Foundation, drei Stairs. Ja, die beziehen jetzt Stellung, ne? Beta, gib mal deine zweite Granate, die zu viel hast, an den dritten. So, dass jeder eine hat oder was? Genau, richtig. So, wer braucht? Wer macht mit Granatenwurf? Gib die Jannis oder so. Jannis aimt ganz gut. Hier, Jannis. Hier. Hier, hinter dir, Mann. Hier. Hinter dir. Da. Danke. So. Wir warten jetzt noch auf Toni. Boah, ich seh euch schon. Boah. Was ist jetzt denn los? Äh. Hatten die nicht Leder dabei? Hinter uns kommen zwei. Wieso kommen zwei? Ich hab die Schuhe. Was? Wenn ich und Evil. Das sind unsere Leute. Ich, Evil. Hallo. Warte, hier. Ich leg dir gleich hier Schuhe ein bisschen. Kennt ihr Schützen-Rudel? Wartest du noch ganz kurz 30 Minuten? Das kennen die nicht. Und ich hab noch Lederstiefel von dem Typen geholt. Ich hab Leder komplett angehabt. So. Müsstest du ja haben alles. 25 Sekunden, dann sind zwei Wooden Barricades fertig. Ich hab noch eine Barrikade. Wollen wir jemanden? 4 noch? So. Foundations, Stairs und Pillar hab ich, damit wir uns hochfahren. Ja, aber Schützen-Rudel wär gar nicht schlecht jetzt. Fast. Fertig. Die sind auch vorne wieder in den Gebäuden drinnen, ne? 5 Sekunden. Da ist Bewegung drauf. Ja. Wir gehen links in den Berg rein. Von da kann man gut sehen. So. Die Barrikaden sind fertig. Das waren die wohl. Ja, das sind die. Okay. Die schießen schon mal Pfeil und Bogen. Pfeil und Bogen schon auf uns. Ja, Pfeil und Bogen schon auf uns. Ja. So, da. Da sind die. Und das ist ganz rechte. Barrikaden gehen vor. Ja. Barrikade geht vor. Warte, warte. Sobald auf mich geschossen wird, stelle ich die Barrikade, ne? Ja, kannst du schon. Oder Peter wäre eigentlich besser, wenn du mit der Action-Bold-Wifle in Deckung bleibst und schon schießt, oder? Da stehen zwei Leute. Da stehen zwei Leute. Ja. Oben. Soll ich noch weiter ran gehen? Janis, Janis, Granatenwurf oder was? Kriegen wir die da rauf? Ja. Aber näher ran. Ich werfe. Asho, ich werfe. So, hier. Machen wir irgendwas kaputt? Hier ist was zusammengebrochen. Die strecken irgendwas. Ich habe da eine Granate reingeworfen. Ah, okay. Die landen gut, glaube ich. Die landen gut. Oh, ich habe einen getötet. Ich habe eine, Vorsicht, Granate. Geht. Granate ist bei der Treppe. Oh, Junge. Ich ziehe auf die Tür. Ich ziehe auf die Tür. Ich habe einen getötet. Zwei Stück. Hier ist noch einer drin. Ach, du heilige. Ich stehe hier vorne vor der Tür. Ich warte, bis was auf geht. Alter, was ist hier denn los? Komm mal, einer. Da ist noch einer. Scheiße. Oh, jetzt habe ich alles angeschossen. Wer schießt mich denn an? Sorry. Ach jo. Wir brauchen eine Treppe hier. Oder wir müssen uns raus sprengen. Wo, 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 wo. Wir sind hier ins Loch reingesprungen. Ja. Welches Loch denn? Hier geradeaus in dem Gebäude ist noch eine Person. Ah, vier Stück. Wie viele liegen da an der Treppe? Ich brauche eine Treppe. Ich habe Stairs. Ja, hier unten ist noch einer drinne. Einmal Stairs mit dir rein. Hier im hinteren Raum. Zwei Personen. Zwei Personen hinterer Raum. Ich schmeiße Stairs rum. Direkt unter dir. Bonnerpens, komm mal mit. Bonnerpens, komm mal mit. Hier unten. Da, mittig. Da. Mach mal auf. Beta zu mir. Beta hinter der Seite. Ja, zu viel liegt. Okay, niederhalten. Am Haus. Tot, 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 tot. Wo soll ich das Feuer einstellen? Boah. Minderpens, gefächter. Sind die oben offen? Nein, darfst noch... Ah nee, ist gar nicht. Ein einziges Gebäude ist nicht offen. Hier liegt ein Sleeper drin mit Truhe. Hier ist noch ein kleines Gebäude zu. Hier sind auch mehrere... Da sind noch mal Kisten. Können wir das aufsprengen oder nicht? Ich hab noch ne Foundation und ein Pillar. Oh, jetzt. Hier müsste gesprengt werden. Es gibt nur ein einziges Gebäude. Hier. Sind da Kisten drin? Also ich seh Kisten, ne Dreierkiste, ne Fernance und ne Sleeper. Da geht aber weg. Die, die, Wand, äh, geh hier vorne an die Ding. Mach du die. Mach du die. Markier ruhig. Äh. Oh. So, der Nackte ist hier wieder drin und lebt, bewegt sich. Bei mir. Zu viel Geld. Ist einer drin. Achtung. Jungs. Seht ihr das? Rechts von dir, Landes. Ah. Ja gut. Rechts von mir? Rechts von dem Haus. Ne, aufpassen wenn die Tür aufgeht. Da ist einer drin. Der in dem Kleinen? Da sind welche drin, ja ja. Da sind welche drin. Die Tür vorne... Sind die in diesem Gebäude wo die Metalltür ist? Ja. Er hat gerade einen Flair an drin geworfen. Die da drinnen, ich glaube die wollen ihre Sachen bestellen. Die Metalltür ist schwarz, ne? Also mit einem C4 sind wir auf jeden Fall durch die Tür durch. Welche Metalltür ist schwarz? Achso nicht die. Die von dem größeren Gebäude hier. Das sind Russen. 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 Hier spreng, wo Licht drin ist. Ja. Ja, ja. 1 C4 hab ich noch. Auah. Au. Ganz leicht drunter. Wieso hast du mich denn getroffen? Ich lande auch hinter dir. Arschau, Feuer. Arschau, Feuer. Hey, Feuer einstellen! Feuer einstellen! Feuer einstellen! Einer hat sich abgehauen. Wieso ist denn die Tür auch rausgeflogen jetzt? Nein, die Tür auch gemacht.